Hallo und herzlich willkommen in unserer dritten Folge Let's Play Minecraft Together. Beziehungsweise bei mir ist es die dritte Folge, bei euch ist es die zweite Folge. Weil die erste war ja bei uns, eigentlich bei Christian und mir, ihr das mit dem TNT-Suicide. Und heute hier wieder mit Gameboy LP100 und Let's Play TV 01. Könntest du nochmal Gameboy LP100 sagen? Gameboy LP100. Nein, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir hatten leider ein kleines technisches Problem. Kannst du mal bitte die Editor wieder hinsetzen? Und du den Teppich. Wir hatten ein kleines technisches Problem, deswegen müssen wir die Welt ungefähr so nachbauen, wie sie vorher war. Wir haben hier einen Spawn gebaut, also wenn wir jetzt sterben, kommen wir genau da wieder hin. Könntest du den einen Teppich hinsetzen? Ein Ocelot. Hallo. Den hier? Ja. Woher hast du? Hier ist unsere Fläche und hier haben wir die Baumhäuser. Das hintere, das ist das von Lukas und das hier, das ist von mir und Christian. Hallo. Hallo. Hallo, machst du dir bitte wieder Gamemode? Hier Gamemode 0. Ich hab doch Gamemode 0. Nein, aber der Lukas. Wer? Machst du dir bitte wieder Gamemode, ja? Äh, aber ich bin doch Gamemode. Ähm, haben wir jetzt Monster an? Ach, das ist doch scheißegal. Ey, Let's Player TV01, ich hab doch Gamemode, ne? Nö. Ja, wenn du fliegst, klar, als ob. Nö. Ja, deswegen hab ich doch Gamemode. Guck mal hier, ich kann doch auch fliegen. Die Oppe ihn. Hä? Ich kann doch auch fliegen, aber ich hab keinen Game. Slash 3. Genau. So, dann mach das bitte mal aus. Ja, wir fliegen hier nicht, wir sind hier original, ja? Ja, ich bin original Snickers, Junge. Wir sind original. Oh, Junge, jetzt hör doch mal auf. Wir gehen jetzt hier in die Leiter hoch, ja? Hui. Wir haben jetzt ungefähr so weiter, also so wieder, oh nee. Wo sieht der Deathscreen aus? Ja, ich weiß, wie der Deathscreen aussieht. Jetzt wissen es auch die Zuschauer. Also, wir klettern jetzt hier hoch. Und, ähm, warum lässt du dir den Teppich runterfallen? Ist das Absicht? Der lag bei uns oben. Ach so, naja. Ach so, den hab ich da hingelegt. Ja, toll. So, wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn in den Kisten? Nix. Sag mal, hast du unsere Kisten? Habe ich dir doch gesagt, du hast mein Inventar gelernt und ich hatte das ganze Zeug aus den Kisten. Oh nee. Ja, da muss ich bei dir leider was abbauen. Tut mir leid. Nein, jetzt hör auf. Ich muss mal kurz, äh, ja, ich bin nicht mehr okay. Ist gut. Okay, ciao. Bin weg. Wohin? Wo will er denn jetzt hin? Ich hab ihn nur rausgekackt. Weil das so... Du bist so heil. Wenn er mal unsere Kisten leert. Ja. Danke. Huchst du ihn gleich wieder zurück? Nö. Aber eigentlich waren wir beim Aufnehmen. Oder hast du deine Aufnahme noch nicht gestartet? Ich hab meine Aufnahme gestartet. Ihr habt ja live gesehen, wie ich... wie ich die Regeln auf diesem Surfer draufsetze. So, ähm, kommt er gleich wieder zurück? Ja, er kann zurückkommen. Gut. Also wollen wir uns doch mal ein bisschen was Holz beschaffen. Also wir müssen jetzt leider das Holz alles wieder zurückholen. Wir haben ein paar kleine Differenzen hier bei uns. Das erste Beschnuppern in der letzten Folge hat wohl besser geklappt als jetzt. Wir haben... Haben wir Monster? Keine Ahnung. Glaube nein. Dann setzt mal die Difficulty auf, äh, ja. Auf easy, ja? Hat keiner gesehen, dass ich jetzt mal kurz im Game-Mode war und mir meine Sachen wieder geholt hab. Gut. Hast du die Sachen wieder reingetan, dir das Holz? Nein, ich hab... Nein, ich hab mir bloß Sachen geholt, um es Holz abzubauen. Achso. Oh, jetzt abzubauen. Naja. Und was... Und welchen Baum kann ich denn jetzt abbauen? Sag mal, überall liegt hier Teppich rum. Ist ja hässlich. Du kannst was Holz abbauen, aber bitte nicht hier. Hier ist übrigens auch eine Leiter, die kannst du auch benutzen. Ich hab überhaupt keine Lust, drunter zu laufen. Darf ich wieder auf den Server? Ja. Oh, ich hab eine Word-Edit-Axt. Kacke. Weg damit. Du bist... Naja. So. Dann kloppen wir jetzt so. Wir fangen mit Eichenholzbrettern an. Dann machen wir mal ein paar Sticks. Äh, ja. Kann ich eine Axt von euch? Nein. Du musst dir selbst eine craften. Ja, danke, dass wir eine Gemeinschaft sind und so, ne? Du hättest uns... Hättest du jetzt Sachen nicht rausgeholt? Da war eine Axt drin. Ey, ey, nein, 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 nein. Ich wollte das so machen, wie Daniel gesagt hat. Original, ohne alles. Und dann hat er mein Inventar geleert. Wir wollten das so machen, wie wir jetzt... Ähm, das war ja Original, was ich gemacht habe. Genau. Wir hatten so viel... Nein, 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 nein. Wir hatten keine volle Lederrüstung. Ich hatte aber eine volle Lederrüstung. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Du hattest nur den Kopf. Ne, ich hatte nur noch die Hose gemacht. Dann, wo ich kurz offline war, habe ich mir nochmal die Lederrüstung komplett gemacht. Get cheated hast du. Get cheated hast du. Egal. Solche Anschuldigungen gehören bei mir als Bann. Das war doch ein Scherz. Ich habe sogar gesagt Scherz. Ich brauche noch ein paar Sticks. Und weißt du, was mir gerade so auffällt? Was? Ich habe noch so 17 Comment-Blöcke in meinem Inventar, aber ich kann die nicht setzen. Schmeiß die runter. Ja, weil du D-Opt bist. Du Operator. Wieso? Warte, ich gucke gerade, ob das geht. Geht das? Nö, nur ein Operator kann... Ja, kann mir jemand den Comment-Block kaputt machen hier? Die anderen Comment-Blocke liegen da drauf, ne? Ja. Ja, da ist jetzt für immer ein Comment-Block. Und ich habe schon wieder meinen Baum verloren. Da ist der Baum. Gut, äh, da vorne sehen wir hier, wo die Lichtsäule hochgeht. Da ist unser... Warum habt ihr eigentlich an meinem Baum keine Leiter befestigt? Jetzt muss ich immer auf euren Baum gehen, um auf meinen zu kommen. Können wir gleich noch machen. Du hast jetzt nicht ernsthaft schon wieder mein Inventar gelöscht, ne? Ich habe die Comment-Blocke doch weggelegt. Jetzt muss ich schon wieder Holz abbauen. Warum hast du die nicht einfach im Inventar gelassen? Ich habe nicht Holzsatz im Inventar. Oh Gott. Ähm, die Holzachs funktioniert eindeutig nicht mehr. Ich brauche mal ein bisschen Stein. Einfach mal vorbei. Warum haben wir hier falsche Holzachs? Weil... Ja, allgemein Holzächste. Egal welche Holzachs. Ist... Kannst du mich de-open? Kannst du das eigentlich alle de-open? Nein, er kann sich selber nicht de-open, weil er der Operator ist. Verdammt, ich habe die Holzachs, ich kann damit nichts abbauen. Du baust dir einfach eine Steinachs. Du kannst dir eine Spitzhacke bauen. Ja, habe ich auch schon gemacht. Na gut, müssen wir damit was bauen. So. Könnt ihr für mich auch Steine abbauen? Nö. Komm selber hier runter. Leute, kommt doch. Wie Dani gesagt hat, kommt selber runter. Ich bin doch schon unten, bloß ihr habt doch meine Inventar gelöscht. Ich muss erstmal wieder ganz viel Holz abbauen. Tropenholz? Ja, muss ich doch. So, ich brauche auch noch was Holz abbauen. Äh, das ist kein Holz, das ist Erde. Erde, Erde, Erde. Und hören Sie mir noch... Die hat jemand eine Craftingbox hingestellt, das ist sehr praktisch. Die habe ich hingestellt. Sehr praktisch. Und man hört deine Schweine im Hintergrund. Ja. Das Guti-Tier lebt leider nicht mehr, das muss man euch sagen. Das Guti... Nein, Guti ist tot. Ja. Guti ist tot. Ja. Das ist... Mann, was ist es? Warte. Hier blende ich jetzt dieses Todeslied ein. Also, es kommt... Dani sagt das bitte nochmal. Das ist ein Fies, Junge. Nachdem was Dani gesagt hat, blende ich das ein. Ich habe das schon gesagt. Kannst du jetzt so ruhig einspielen. Nochmal, bitte. Was soll ich denn hier bitte schon nochmal sagen? Dass das Guti-Tier tot ist. Ja, das Guti-Tier ist tot. Toll. Gut. Du hast das voll glücklich gesagt. Nein, das ist aber guti-Tier. Wieso zeigt dir das nicht mehr an? Wer hat das getötet? Der Tierarzt. Jetzt ernsthaft? Habt ihr es einschläfern lassen? Ja, mussten wir. Was ist denn hier... Wer hat denn hier das abgebaut? Hallo? Was? Wir hatten dir die Fläche geändert. Er hat irgendjemand dich da nicht verändert. Achso, da, keine Ahnung. Das war ich. Das war ich. Ich habe verpeilt, dass da keine Steine waren. Also ein Surfer. Sehr, sehr sinnvoll. Ich bin sehr, sehr klug. Ich höre uns da weiter mal wieder so viel Tropenholz, wie wir hatten. Gut, mach du das mal. Es ist guti-Tier, das hatte leider sehr viele Probleme gehabt zum Schluss. Und als dann das Herz Probleme gemacht hat, mussten wir es leider einschläfern lassen. Warum mache ich das jetzt? Ich wollte doch eine Holzachse machen. Äh, statt eine Holzachse. Leute. Warte, kurz. Boah, ich bin total verpeilt. Das, auf jeden Fall, das wird der... Das wird der Folgentitel. Das gute Tier ist tot. Und ein... Ein kleines bisschen Mitleid. Nein, wir machen einen anderen Titel. Boah. Schlagzeile des Jahrhunderts. Ist aber schon vor ein paar Tagen gestorben. Leute. Ich muss gleich ausmachen. Ja, wir machen die Folge jetzt. Wir haben jetzt Halbzeit und dann in 10 Minuten ist unsere Folge zu Ende und dann... Kann man ausmachen. Genau. In 10 Minuten bin ich wahrscheinlich schon fertig. Was du da hörst, das ist ein anderes Meerschweinchen, nur zur Info. Ja, aber morgen kann ich vielleicht nicht mit aufnehmen, ne? Morgen nehme ich auch nicht auf. Morgen muss ich was machen. Ich muss was für meine Schule tun. Ich auch. Ich habe Abschluss dieses Jahr. Da will ich möglichst gut abschließen. Auf was bist du für eine Schulform? Mittel... Oh, okay. Oberschule. Heißen die ja jetzt bei uns. Eigentlich Mittelschule. So. Das ist ein anderes Schulsystem als wir in NRW nicht, ne? Ja, auf was bist du, Herr Hörner? Auf einem Gymnasium. Genau so wie der Typ hier. Hallo. Genau wie dir. Genau wie es. Du kannst jetzt hier unsere Plattform mitbenutzen. Du musst nicht mehr runterstehen. Lass du mal auf, die Steine wegzumachen. Ich habe schon eine Treppe gemacht. Boah, könnt ihr mal weggehen da von meiner Plattform? Hallo, wärst du mal so nett und könntest du das bitte mal stehen lassen? Das sah doch ganz schön aus. Nö. Ich will Steine abhaben. Hurra, die Sonne geht auf und wir wurden geheilt. Wo geht die Sonne auf? Ach da. Im Arsch. Bitteschön. Im Arsch der Welt. Im Arsch der Welt. Hast du gerade die Leiter noch rausgenommen? Au. Nein, ich habe dir was reingelegt. Ach da. Nicht doof. Ich bin ein Lemur. Ich gehe über die Bäume. Ich ziehe es über die Weine, über die Gebäude. So, wollen wir doch mal schauen, dass wir jetzt hier irgendwie was hintun oder so. Wo ist denn die Mitte hier? Ach da. Aber geht von meinem Haus weg, ne? Ähm, drei Meter daneben war eine Höhle mit Stein. Wo, wie, Wuppervideo, was machst du an meinem Haus? Nix, nix. Naja, ich bessere das dabei nochmal aus. Wo bist denn hier? Geh da weg. Ich sehe dich. Guck doch hier runter. Ich bessere das dabei aus. Hier. Warum hast du jetzt hier eine Leiter angemacht? Ich hatte was viel Besseres vor. Alter, lass mich doch hier wenigstens hoch. So. Jetzt geht er weg. So. Bringst du was Holz mit, Christian? Holz liegt schon oben in unserer Kiste. Ach, das ist ja praktisch. Hauer. Da gehe ich mal was bauen. Der Weg hier hoch dauert viel zu lang. Dann machen wir den Fahrstuhl hin. Da brauch ich einen Eisenheimer und dazu brauch ich meine Spitzhacke, die ich habe. Hattest. Ne, die ich habe. Aber. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Ja, die Sonne geht nur einmal am Tag auf. Die Sonne fangen. Da heute ohne Game-Mode voll, voll geohne Monster ist, kann ich ja hier in aller Ruhe Eisen abbauen. Und dass mich gleich Monster drohen zu zerstören. Zu zerfleischen. Warte, das muss ich auch noch wegmachen. Darum ist hier jetzt bei mir eine Workbench. Darum. Musste ich da hinsetzen. Ich musste mir was craften. Jetzt geht doch da weg. Die Treppe bleibt hier. Äh, da. Herr Klöbner, die quietsche Ente bleibt in der Badewanne. Hä? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Zwar mag ich manchmal Stroh doof sein. Ziehen. Machen wir das so, dann... Wartet kurz. Guck mal, mach ich 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 mal. Dann, du, 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 du Neuzeramtschnitzel ein Baum sieht jetzt so scheiße aus das sind das die Zolleramtschnitzel und Kronk Gronn Kramschnitzel alles lecker ja wie ein Schnitzel zumindest aus Raamschnitzel ist lecker Game Boy Game Boy ohne Nintendo sei kein Nintendo sei ein Game Boy das mein Motto ja vor allem Worte geklaut wer weiß wenn ihr wisst was der Fehler ist schreibt sie in die Kommentare ihr kriegt einen ihr kriegt eh einen Euro für jeden korrektigen Kommentar von ihm ne dann leck mich ihr könnt ja gerne bei ihm zuhause vorbeikommen nein wollen die alle nicht ich hab mich auch gefreut guck mal bei mir ins Zimmer ich hab Baustelle Baustellenkind so mein Aufgaben ist sowieso der schnellste mein Baum sieht sowas von scheiße aus ja du auch auch nein Scherz das war nicht so gemeint warum würdest du keine Treppe dahin machen sondern machst du solche komischen Zeichern da hat er hat er da hat er so auf dieses Jahr werden ab jetzt Regeln eingeführt wenn ihr wisst wie das Plugin heißt dass wir jeden Tag geheilt werden dann schreibt es in die Kommentare also ein Plugin ja das Plugin heißt Comment Blog und vor allem das Plugin hat einen zusätzlichen viereckischen Blog der im normalen Minecraft überhaupt nicht existiert nein überhaupt nicht überhaupt nicht das Ding heißt Comment Blog jetzt verrat doch nicht alles jetzt kriegen die eine Million Euro nicht ja von dir gesponsort von Let's Play TV 01 äh ich habe auch kein Geld ich kenne bloß Let's Play TV 01 Player TV 01 kenne ich nur ich nicht naaa ich kenne auch einen Fake aber welcher Arsch hat denn hier eine Kiste drauf gesetzt wo wo Gameboy LP 100 sei kein Nintendo soll man das nicht aufmachen wenn da hier so eine Werkbank drauf gesetzt ist so hopp so ich habe hier schon ein bisschen Grundfläche gemacht also je mehr Grundfläche wir haben desto mehr Miete können wir verlangen ab jetzt ab jetzt gelten folgende Regeln oh nein ah alles was Gameboy LP 100 sagt ist falsch B alles was alle anderen sagen ist richtig nein ab jetzt wird nichts mehr aus den Kisten fremder Leute genommen ja ok aber dann müssen wir die Kisten beschriften ne nö das ist doch ist doch simpel bei uns am Baum ist unseres bei dir am ja dann geht aber auch von meinem Baum weg bitte dann musst du deine dann baue dein Haus woanders hin so intelligent ich bin wieso habe ich wieso arbeite ich die ganze Zeit außerhalb des Bildes ich hab zwar ich wenn ich mich schnell drehe komme ich irgendwie aus dem Bild raus dann sieht man meine Maus hier hier blablablabla ups hier da sieht er meine Maus da geht alles so dann kauft ihr einen anderen Baum Leute verkaufen wir auch Bode Ihr Mietvertrag wurde gekündigt bitte baut bitte verpissen sie sich von unserem Baum Bäume zu vermieten Leute warum habe ich eine Holzachse im Inventar weil du die zufällig aufgesammelt hast von mir ne so übrigens im Ofen brutzelt ein bisschen Eisen für uns für euch mein wofür brauchten wir überhaupt Eis was wollte ich überhaupt mit dem Eisen machen für eine Eisenspitzhacke vielleicht nein ich wollte einen Wassereimer bauen ich wollte einen Wassereimer bauen um uns einen einen Fahrstuhl zu bauen wozu brauchst du einen Fahrstuhl da geht es schneller hast du dafür keine Schilder? nein da musst du hochschwimmen das dauert zu tierisch lange naja ist besser als hochklettern naja ich muss nicht mehr klettern nein du bist die du musst die ganze Zeit Jump & Run spielen das ist kein Jump & Run das ist eine Treppe äh wer hat das gerade Holz geklaut äh ich hab's nicht geklaut ich hab's verwendet um zu bauen das das sieht jetzt keiner das Sturz-Flyboot anhabe und du nur fliege auf den anderen Baum dann auf kann dich ich kann dich beobachten dann auf wenn ich nicht bin den Flyboot wieder ausmache und das mich auf mich beobachtet Halt's mal das Ego ist einfach zu laut so die NSA ist überall die NSA ich bin die NSA seht ihr erst NSA deabonniert ihn und abonniert jeden und jeder der ihn deabonniert abonniert mich logik Youtubeer sind faul Youtubeer sind faul die abonnieren keine Ahnung was ist die LSD? was hast du jetzt verstanden? was? was? boah Junge warum baut ihr euren Scheißhaus hier bei euch? das ist kein Scheißhaus doch das ist keine Toilette nein lass die Treppe lass die Treppe lass es doch einfach Junge baut es auf eure Seite aber nicht auf mein Haus ja dann gib die Sachen zu mir wieder zurück ich bau jetzt erstmal das Teil hier ab hier bis hier hin und nicht weiter gut wir bauen nach oben wir bauen nach oben wir bauen nach oben ja aber dann mach wenigstens mit Spülung wie lang machen wir heute die Folge 25 Minuten? kann sein und die Sorge jetzt die Sorge die 20 Minuten überschritten die Karte die Kürze Minuten 8 nach 25 Minuten damit für den Baum fertig okay das kann auch eine ganze Weile dauern gut so scheiße Sprechel Sprechel jetzt wird den Trier-Sense-Math den was Trier-Sense aber die Treppe lassen wir hier ja zu erinnern es nicht Trier-Sense-Sense aber das ist nicht aber er hat meine Spitze okay meine Achse ist kaputt Aua naja Kieren schon wieder 61 Holz haushalte ich mit dem Holzgut das dauert immer so lange hast du noch Treppen ich hab 4 kannst du mir die geben nein danke bitte bitte wie machen wir unsere Fassade ganz glas oder wie machen wir das so das wird reichen so ich baut doch eine wiii 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 genau brauchen wir eine ganz Glas Fassade oder woraus machen wir unsere Fassade machen wir da unten einen Block Holz dann da drauf einen Block Glas und oben drauf wieder ein Block Holz christian kann sein gut machen wir so schade dass man leider nicht zurück kraften kann ich hätte nur ganz für das was hast du die Treppe gesagt Junge was ach scheiß drauf ja ich hab doch die Treppe so gemacht wie du es gesagt hast nein du hast schon wieder auf meiner Seite gebaut die hat die Treppe so gelassen wie du sie gesagt hast du hast diese Pfostenpfeiler gebaut und die will ich nicht ja lass die Pfostenpfeiler die Pfostenpfeiler die Pfostenpfeiler das könnte man zwei Seiten verstehen das wär dann Ständer ok was habt ihr gegen Hutstände was habt ihr gegen Hutstände was hast du gegen was hast du gegen uns alle gegen uns hat er nichts er hat nur das gegen Hutstände gegen die Gesamtsituation hier warum hab ich dich mit Christian im Bett gesehen schwere Entschuldigung wie soll ich denn nach Leipzig kommen oder andersrum mit dem Zug wie jeder normale Mensch mit dem Zug ja klar als ob ich jetzt jeden Tag jeden Tag hier durch Ostdeutschland durchfahre Ostdeutschland hast du was gegen die Ostdeutschen hier aber ich bin in Westdeutschland nein wir wohnen hier alle in Westdeutschland also zumindest der Lukas und ich und ähm es ist weit von hier auf die andere Seite ja hab ich schon ich hab schon mal herausgefunden wie weit äh wie lang man braucht sieben Stunden ach dann ist mein Vater bei dir hier sind sieben Stunden naja sieben Stunden brauchst du von mir von dir aus zu mir von hier bis nach Berlin braucht man fünf Stunden na von hier aus bis zu mir brauchst du länger so ich würde mal sagen das war's mit der heutigen Folge wenn euch das Video gefallen hat dann gebt einen Daumen nach oben kommentiert und abonniert uns alle und naja außer außer unseren Anfänger bis zum nächsten Mal auf Wiederschauen also das heißt nicht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal